Neun Rennen wurden bisher in Killington ausgetragen, die Österreicherinnen haben sich noch nicht in die Siegerliste im US-Bundesstaat Vermont eintragen können. Ganz im Gegensatz zu Michaela Schifrin. Dabei dürfte es auch heuer bleiben, bei Halbzeit liegt die Absolventin der Burke Mountain Academy, die später mit ihrer Familie nach Colorado gezogen ist, 1,36 Sekunden hinter der einmal mehr überragenden Schwedin Sarah Hector. Die Olympiasiegerin brauchte 52,29 Sekunden und distanzierte Rakenhild Mo Winkel, Nor, plus 0,38, und Lara Gutbe-Ami, SUI, plus 0,43, deutlich. Nachdem ich nicht allzu viel Riesenslalom trainiert hatte, ist das Ergebnis jetzt nicht die große Überraschung, sagte Schifrin nach Platz 10 im ersten Lauf. Untertitelung des ZDF, 2020